Ich habe noch nie mitgemacht in diesem Leben mit der ganz breiten Masse. Es ging deswegen so, weil ich hellsichtig geboren bin und ich kann viel mehr sehen außer physischen Körper, sondern auch Aura und Energien um uns herum und deswegen war für mich immer nicht so einfach mit der ganzen Masse mitzugehen. Aber so ganz, ganz bewusst habe ich das auch nach außen getragen. Irgendwann mal ab 30, da habe ich angefangen viel bewusst mit Menschen zu arbeiten und ihnen erzählen, dass wir alle einzigartige Wesen sind und dass wir individuell leben sollen und unsere Wünsche folgen sollen. Und darum geht es auch in unserem Leben. Irgendwann mal zu erwachen und zu sagen, will ich das alles machen, was die alle Menschen machen oder möchte ich endlich mal meine Wahrheit leben. Ich wünsche euch von ganzem Herzen diese Wahrheit zu finden und ich hoffe, dass immer mehr und mehr Menschen erwachen und die Liebe im Herzen spüren und diese Liebe nachgehen. Ich finde es sehr schön, dass meine Bücher bei Makro sind. Also ich finde diesen Verlag ganz, ganz nett und freue ich mich, dass immer mehr und mehr Bücher auf Italienisch oder jetzt auch auf Französisch rauskommen. Und ich freue mich, dass ich auch viele Italiener erreichen kann mit meinen Botschaften. Ich freue mich immer wieder mal auf neue Leser. Danke.